Ein Wunsch von Millionen geht in Erfüllung. Die Lebensgeschichte Ludwigs II. in der unvergessenen klassischen Filmfassung von Helmut Keutner kommt mit neuem Glanz in ihr Theater. Eine filmische Kostbarkeit. Eine festliche Überraschung für alle Freunde großer Kinoereignisse. Owe Fischer in Ludwig II. Die dramatische Geschichte des geheimnisumwobenen bayerischen Märchenkönigs. Meine Herren, das ganze Land wird noch einmal froh sein, wenn die Welt zum Werke von Richard Wagner nach Münzen pilgern wird. Sie sagen 6 Millionen, Sie wissen ganz genau, dass die Vorbereitung für einen Krieg 50 Millionen und mehr kostet. O sinkernieder Nacht der Liebe. Gib vergessen, dass ich lebe. Nimm mich auf in deinen Schoß. Löse von der Welt mich los. Aber Isolde ist unerreichbar für Tristan. Sie ist dem König Marke verbunden. Dem Tristan die Treue gelobt hat. Ein faszinierender Film vor historischem Hintergrund in glanzvoller Besetzung. Es wird erwartet, dass euer Majestät zu den ausziehenden Truppen sprechen. Wollen Sie, dass ich sage, Soldaten, ihr zieht jetzt hinaus in einen Krieg. Ihr werdet auf eure Brüder schießen, eure Brüder werden auf euch schießen, weil das Schicksal es will? Schon damals habe ich gedacht, ich möchte ihr helfen. Lass dir doch helfen. Wie stehen Sie zur Frau Ihres besten Freundes und Helfers? Ich kann nicht sagen, verdammen Sie mich. Ich liebe Cosima. Majestät, in dieser Stunde hat alles Private zurückzutreten. Warum wollen Sie den Krieg, Herr von Bismarck? Das Reich wird nur in einem Krieg entstehen. Heil dir, dem Siege grünst. Herrscher des Vaterlands, heil Kaiser dir. Politische und persönliche Tragödien formten sein Leben. Ich bitte Ihren Vortrag, Herr Dr. Gunn. Ich habe Ihren Bruder untersucht, euer Majestät. Ich bringe keine gute Nachricht. Es handelt sich um einen Fall von Schizophrenie. Kannst du ein Telegramm aufgeben? Jawohl, Marc. Bismarck. Franz Josef. Das ist ja ein Hilferuf. Dann muss ich doch gleich. Das sollte man aber sofort. Jetzt soll ich vor aller Welt die Verantwortung dafür benehmen, dass man den König entmündigt. Ich bin neulich in München gewesen. Man hat irgendetwas Grauenvolles gegen dich vor. Ich weiß nicht was, aber ich fühle es. Wer soll denn mir was tun, Süße? Die Verschulung des Königs hat sich in diesem Jahr um weitere sieben Millionen erhöht. Siehst du, das habe ich mir erkämpft und ertrotzt. Das müssen Sie verstehen, die Herrschaften. Überall lassen Sie die Burgen verfallen, in Italien, in Frankreich, in England. Hier baut einer ein. Sie müssen schon sehen, wie notwendig das noch ist. Gib mir deinen Namen, Süße. Hier können jetzt die Träume wohnen. Pastor! Ich bin ganz benommen, weißt? Es ist herrlich. Es ist schön. Ganz schön, was? Ja, aber es fehlt etwas. Menschen. Originalaufnahmen in den schönsten bayerischen Königsschlössern. Ludwig der Zweite. Ein großer Film. Ein deutsches Schicksal zwischen Politik und Romantik. Und zwar in den »Karren. Das ist ein besonderes Schicksal. Und zwar nicht. Es ist ein besonderes Schicksal. Es ist ein besonderes Schicksal. Ich bin ein.